Und gucken Sie sich diese Verse an. Charles Dawson-Liedmann und Sherman kommt ganz hinten auch noch. Besser geht's nicht. 15, 16, 17, 18, 19, 2000. Jawohl. 100, 200, 200, 300, 400, 500, 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 600, 700, 500, 800 wieder da. Und 2.800, 800, 800, 800, 800, und 2.800 am Aufgang und 2.800 und weiter links weiter. 2.800 und 2.800, 3.000, da ist es ja schon. Und 3.000 und 3.000, 3.000 und 3.000. So, wo muss es weitergehen? Und 3.000 Euro hier und 3.000. Und die gibt zur Zeit 3.000 und 3.000 Liter Mehl. 3.000 Euro in der ersten. Und 3.000 und 3.000 und 3.000 und 3.000. Und auch hier möchte ich etwas dabei. 3.000 Euro hier und 3.000 und 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 und 3.000. Links nochmal hierher oder unten und 3.000 und 3.000 und 3.000, 3.000 und 3.000 Euro und 3.000 zum ersten. Lass uns ein bisschen Zeit. Und 3.000 Euro zum zweiten. Und 3.000 Euro zum. Keiner mehr. Danke. Schön. Erst 3.000. 3.000. So, dann schon die 42.000. Hier heißt es. Sie hat gekallt am 14.10. Sie bringt zur Zeit jeden Tag 38 Liter. Und die Mutter hat jetzt eine vierjährige, vier Laktationen mit 12.451, 421, 324. Camaro, Storm und Emerson. 14.10 gekallt 38 Liter. 15.00 Euro. 15.00, 15.00, 16.00, 17.00, 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 17.00 und 18.00 und 19.00 oben. 15.00 und 19.00 wieder unten. 222.000. 22.000, 22.000 Euro ist hier unten. 21.000 und 21.000 und 21.000 und 21.000. 23.00, 23.00 und 23.00 und 23.00. 23.00 und 23.00 als 23.00. 2.302 und 2.301. So, kriegen wir ein 2.303, dann ist sie für euch. Und in der Ecke 2.303.